moin neue runde ist das factory wiederum wird gleich tag sondern ist schon die ganze zeit unten gleich geht die sonne wieder auf jetzt bei mir hier in dieser folge noch mal gucken noch mal was man hier fabrizieren denn heute nachmittag also heute wie das aufgenommen wird dann habe ich wieder zeit länger was zu machen dann geht es wieder auch hier voran gestern hatte ich keine zeit des heißt jetzt kommen wir hier weiter ich habe ich gerade was aus versucht wegen kollisionsabfrage so ich habe immer ein bisschen moderne kunst gemacht so das soll auch wohl dann so bleiben wird das weiß ich noch nicht und das war ja auch nicht das erstellt sich dann heute nachmittag raus was das mal wird wenn ich dann reiß ich dieses ganze da ab was neu ja das ist nämlich auch hier so eine sache mit dem hier war einmal der ist so ein zug ist sechs hoch dann können wir das mal hier kurz das wäre bis hier so dass wir mal das hier dran machen da oben ist das das sind zwei einzelne hier zwei einzelne so jetzt haben wir hier das problem eigentlich eigentlich ist das ein problem ist eigentlich darf das so nicht sein kann man wieder eine türchen machen da habe schon eine hingemacht so es misst ganz ehrlich gesagt das ist misst wir müssten jetzt hier da kann man eine tür rein machen muss man das mal wieder hier ein bisschen mehr auf die auf die schnellstart leiste legen und zwar hier in die mitte so gehen wir hier so rum und so und eigentlich so das mache ich dann noch farblich keine ahnung keine keine ahnung ja keine panik wir können das so machen und können das so machen und dann ist das so und schon ist ne so ach der zug da hinten triggert die tür das ist ach nee ich triggert die hä nee der triggert die ah das finde ich aber jetzt komisch ist ein bisschen okay ist halt so schiete hoch was geladen hier weiß ich eigentlich noch nie halt wann hier ist wieder eben was ich ganz der drohe mit den zügen so nachher so ja dann können wir hier wenn wir hier gucken eigentlich sonne geht auf der gucke können wir aus ein bisschen gucken die sonne geht auf so da hei sonnenaufgang über wie heißt eigentlich unsere fabrik hier wie heißt eigentlich der ort wo wir hier sind hat das mal irgendjemand gesagt kommt bestimmt in der story kommt bestimmt in der story ich bin ja der meinung sie haben ja mal gesagt vor längerer zeit sie wollen eigentlich zwei patches pro jahr bringen wir hatten ja im frühjahr diesen jahren das und jetzt im herbst und da wird das nächste wieder märz april nächsten jahres kommen und ich bin der meinung dass vielleicht märz april nächsten jahr der letzte update schlaf mich tot ist und herbst nächsten jahres 1.0 was sich daran ändert dass das hier aussieht wie harry hier hier noch wende können das eigentlich mal wo mussten du sein so hoch nicht so hoch gehen wir das dazu oder warte mal eigentlich will ich nicht dann ist es nämlich hier warte mal kriegen wir das zu geben wir mal das und mit dem ding kann ich nur suchen dann müssen wir das mal anders dazu gibt mir mal das jetzt komplett die snap so und dann bitte so warte mal was ist denn wenn man alle werden angemalt so nee eigentlich nicht aber wenn ich jetzt hier guckt wenn ich das jetzt so hier machen würde als beispiel so ja hier heute mittag müssen wir so ein verbinden nee nee die simple bettung wand ist aber ist aber lassen das aber so so und jetzt müsste man eigentlich hier drin gibt es hier eigentlich auch in dingen ja da ist sie warte mal gib mir mal eine ramp wall jetzt machen wir das hier noch eins jetzt brauche ich hier so und ding und eins höher jetzt sieht es genauso beschissen sonst gehen wir hier durchs hauptor ich kann ich auch mal hoch ach ja das ist jetzt vollgas der ist losgefahren der hat hier jetzt signal das weg gemacht was nicht weg gemacht zu werden soll er fährt wieder der hat da wieder von von 120 auf null hat er wieder hier im signal gebremst da fußboden braucht das dinge eigentlich auch was war die ganze plattform schwebt ja irgendwie in der luft also irgendwie wenn er sagen was er wollt gefällt mir das alles noch nicht weil ich das hier nicht ich hätte ja gern ich hätte ja gern den micromanagement wieder damit ich hier zum beispiel diese dinge jetzt will ich nicht wickeln kaffee jetzt ich will jetzt kein kaffee trinken macht das weg so schräg darüber so die könnten wir eigentlich das sieht mist aus könnte machen was er wollt das ist wenn ich das so hier noch mal weg macht ja dann machen wir das ja aber buch ach da ist so ein pfosten dann kriegen wir dahin der ist nicht das problem den kriegen wir dahin so wie sieht das aus bei der wiesen der gedreht der snap der hier der snap woanders dran nur noch mal angucken so eigentlich macht immer weg jetzt kommen uns dann also und dann hier machen wir eine ein fundament hin machen wir das mit dem wollen wir mal gucken kommen wir da nicht dran hier ist ja das problem echt ich weiß es noch nicht so weiter gucken das ist so ein ding das ist so ein ding irgendwie passt das da mit dem beton da nicht was ich dann heute nachmittag machen wenn ich zeit habe das fakt so dass man hier gucken das ist nicht schief das geht hier bis zu dieser foundation wir könnten die jetzt hier noch ein stück weiter ziehen zeig mal her zum beispiel bis dahin das sind sogar drei die verschwindet dann da im grünen so krieg ich dich noch hin das sieht schief aus ist es aber nicht das ist es nicht so die schiene ist halt schief so so kann es auch nicht bleiben so bleibt den zug stehen weil wir reißen das noch mal ab irgendwo bleiben jetzt züge stehen und friemeln dass muss auch noch mal weg da ist aber kein signal ne öl haben wir genug friemeln das jetzt mit einer rampe erst mal hier dran wir könnten jetzt hier habe ich das geht nicht weil hier diese scheiß steine wieder im weg sind man kann die ein stück versetzen ein stück tiefer machen aber wir könnten wartet war ja gut da können wir hier müssen ja zwei nebeneinander passt nicht misst das passt nicht hätten wir vier hier gebraucht dann geht das da lassen wir das wegen der kurve wir gehen aber hier weg und hier weg so gehen hier nein da sonst hin dem rum der muss ein stück so müsste eigentlich so kann man mit dem passend hier raus ungefähr dahin da haben wir das also die kommen gleich wieder da dran so ich will nur gucken wie ich das mache dach soll hier eigentlich nicht drüber das ist jetzt hier zum peilen das sind vorbereitung für den heute nachmittag kommen wir ja so haben wir machen wir hier zwei hoch so dann muss hier das kunstwerk wieder rein und buch mal hier ihr müsstest du eigentlich da habe ich ja den dings gemacht hier haben wir zu machen glasmäßig irgendwas machen pass mal auf ja ich weiß die züge stehen die soll jetzt hoch und in der die kommt darüber was machen wir jetzt hier wir machen hier wir machen hier wir werden mal gucken wie hoch ist das so hoch ist das ding sind die gleichen wieder drüben wartet mal kriegt man die schwarzen dinger da weg das werden wir gleich sehen über die die da kriegt man die weg was ist denn wenn ich kann ich die eigentlich anmalen müsste eigentlich malen müsste eigentlich mal das ich könnte natürlich dunkler machen naja muss ich aber das ganze ding anmalen die dinge kann ich die anmalen sagt mal her da kann ich sein er die nicht gehen wir hier irgendwas was auffällt gehömer rot hier bitte oder die er bleibt bleibt so ja der zug ist rot der steht länger ich sehe denn da oben ich sehe den da oben keine panik macht ihr nochmal weg also das mit dem durchschauen das hier das nervt du könntest jetzt natürlich die ganze betonwand so einfärben dass das wieso kann ich die eigentlich nie einfärben wieso kann ich die nicht einfärben oder das ist wieder ein bug man weiß es ja nicht das mal gucken jetzt bräuchten wir hier aber dann doch irgendwas oben drüber wenn wir jetzt hier ne ne gib mir meine wand und gib mir mal wie sieht denn das aus ja gut die ist dann eins höher die schließt aber an das ist eigentlich nicht so schlecht die habe ich vorhin gar nicht gesehen dann könnte man das so machen so gehen wir nach dahinten naja wenn du da jetzt so einen schwarzen bümmel hin machst dann kommt mir das nur so vor oder ist das lichtdunkel das ist doch hier heller dark wenn du jetzt das irgendwie da reingefriemelt bekommst wegen dieser blöden snapdings aber wenn aber der sieht dann eigentlich nichts aus der kunst ist auch bei mir daheim so mit beton wenden so was aber nichts daran ändert dass das ding ja eigentlich wenn du jetzt von da kimmst das ist ja auch noch nicht angeschlossen so da hast du halt hier sowas hast du hier sowas glaube das soll wird eine richtig große konstruktion werden und das wird auch noch umgetüttelt hier muss man nur gucken dass man den bogen besser hinkriegt naja das kriegen wir noch hin das ist das mal so ich mach mal jetzt hier ich zeige euch mal wie ich das gemacht habe das müssten muss ich selbst mal gucken die dinger sein ja genau und den habe ich dann so einfach wieder versetzt gemacht war dann kann man so machen oder so und die machen was nicht so müssen wir es machen ja so suchen wir die nicht suchen ja ist gut jetzt abreißen so ich mach das mal gerade ich habe das so gemacht versuch erst mal die erste dann so versetzt gemacht und dann hier oben die das sind die da ja hier so mehr ist es nicht so alles klar ich mache jetzt mal gerade das moment da haben wir das hier schon mal in der wand so das können wir auch so lassen wie ist denn das jetzt eigentlich wenn ich also weiter ist jetzt hier 12 erreicht ja nicht mehr der reicht ja nicht um den zug des drei hoch doch drei hoch dann passt das also wird das super ausgemacht der ist aber nicht drei hoch da muss man den noch mal nach da hinten ziehen genau nach da jetzt ist der drei hoch ist was die lok unten drunter wie sieht denn das aus wenn da mal her die sind jetzt wieder so muss ich wieder mit tricks arbeiten dass ich die so gesnapt bekommen aber das genau so wie das muss man mal gucken jetzt will ich hier das ist das kotet und das ist es das ist kodet hier gut rum wir können mal kurz gucken hier customizer mit material das ist die konkrete ja ist schon richtig hoch der muss nach da hinten den müssen wir so fabrizieren so den da auch habe ich noch genug ja habe ich bei dem anderen brauche ich wahrscheinlich wieder das plastik naja ich muss hier x ist das ding so x jedes das hier ja plastik muss man nur gucken dass man den anderen nicht erwischt es ist wirklich nur drei tatsächlich ist nur drei ja gut das passt aber schon ja ich weiß die federmeldung da oben die züge warten zu lange sagt das ding da glaube ich jetzt ihr kriegt gleich wieder eure schiene temporär so ja komm ich schließe immer schnell an da können die fahne hören die auf zu maulen komm her haben sie aufgehört zu maulen der mault noch akw wieso mault denn der akw müll ja beide nicht die schiene kann ja eigentlich sein dass der jetzt mault ne alles grün fahren wieder so ihr werdet ein bisschen schlangen linie leider also mal weil sonst komme ich mit der kurve zu nah dran wenn ich die darüber ziehen will das funktioniert nicht und jetzt gucken wir doch mal schnell hier weil ich muss mir vorbereiten also das ist eigentlich ne das geht so nicht wie ich das will das geht so nicht so oder doch dann so hab ich es nicht und jetzt wieder das ding ey kriegst du einen Föhn das ist weil diese stange da ist ähm das kann aber hier hinten so geht es glaube ich ne ok der hat ja snap points auch geil ne jetzt so kommst du ja unten drunter halt weg lass den nochmal hier weg so warte mal weg der muss auch nochmal weg obwohl jetzt hast du doppelt hast du innen dringend Bettung und außen das Blech hier mach den nochmal da dran hier hast du das Stahl finde ich in Ordnung tut es ein bisschen auflösen das mit so einer Kante so so weit so gut darum hab ich ja getestet hm hier ist halt immer das Problem dass wie kann ich das am besten lösen hier was gibt es denn da eigentlich das corner wall kriegt man die da irgendwie dran gefriemelt oder so so kriegt man die dran gefriemelt gerne anmalen aber er hat nicht dieses Ding im Grau machen ich lass das mal weiß damit ich das sehe was ich dann noch machen muss heute Nachmittag deswegen lass den mal da so dann haben wir das diese mit diesen das hier das muss ich irgendwie noch hinkriegen und offen bleiben soll das hier hier auch nicht kann man die Dinger hinlegen oder weiter mal warte mal geh mal nach da gehen wir mal was gucken ach so kommt ein Speicherfries ja mach mal komm Speicher ab jetzt hier Alter dauert ja wieder was ist er denn hast du es jetzt so hm lass mal gucken es ist halt dann hier die Mauer soll ja hier eigentlich nicht gestört werden die hm ich muss mal gucken hier das ist jetzt wieder ich mach's mit Absicht mach ich das hier mit diesem Grad weil ich von Farbrichtern sehe wie das mal irgendwie vielleicht bevor ich dann das richtige Material nehme so so und wenn man jetzt hier jeden zweiten dann wieder wegnimmt das Ding kann doch eigentlich auch hier corner wall das ist ja das kann man übrigens ne die 8 ist es nicht äh die 4 müsste sein kannst du übrigens ganz normal ersetzen ne hier hier muss ich wieder anmalen du musst Steuerungstaste nur gedrückt halten so ähm und wenn wir dann hier in der Mitte was haben wir denn an Floor was haben wir an Floor Glas wenn wir jetzt hier Wände machen ne Architektur da müssen wir hin Glas Frame Foundation den will ich nicht Frame Floor auch nicht Glas Ruf Flat gehen wir hier irgendwas hin gefällt mir alles noch nicht kann der sagen was er wollt aber ich guck mir das heute nach der Arbeit an bis dann sehen wir uns am Morgen tschüss